Ja moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr denkt, ihr wisst, was euer Elektroauto verbraucht, ja dann liegt ihr wahrscheinlich falsch. Was der Bordcomputer anzeigt, ist leider nicht die ganze Wahrheit, denn beim Laden von Elektroautos geht Energie verloren, die von euch bezahlt werden muss, die aber nicht in der Batterie landet. Und diesen Verlust zeigt euer Bordcomputer natürlich nicht an. Wenn ihr wissen wollt, wie hoch die Verluste eigentlich sind und ob an der normalen Steckdose zu laden wirklich so eine gute Idee ist, wenn ihr Tipps haben möchtet, wie ihr eure Ladekosten optimieren könnt und mal sehen wollt, wie viel Strom die vier beliebtesten E-Autos beim Laden eigentlich verbraten, ja dann bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store & Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ladeverluste kann man leider nicht verhindern. Das betrifft auch nicht nur Elektroautos, sondern so gut wie jedes Elektrogerät, was aufgeladen werden muss. Es ist also keine Frage von Ladeverluste, ja oder nein, sondern eher von hoch oder niedrig. In Zeiten von steigenden Strompreisen, da wollt ihr bestimmt wissen, wie groß diese Verluste genau sind und wie man die möglichst klein halten kann. Und das Minimieren der Verluste, das geht tatsächlich, man muss aber nur wissen wie. Wenn ihr hauptsächlich zu Hause ladet, dann gibt es da ja mehrere Möglichkeiten. Erstens die normale Schuko-Steckdose. Bei der könnt ihr mit einer Ladeleistung von 2 bis 3 kW laden, das dauert dann 15 Stunden oder mehr, aber ihr habt ja nachts Zeit, kein Problem. Zweitens könnt ihr an der Wallbox laden, da dann meistens mit 11 kW, manchmal gehen auch 22 kW. Und da geht das Laden natürlich viel schneller und ihr müsst je nach Akkugröße da so zwischen 3 und 6 Stunden kalkulieren. Und als dritte Möglichkeit gibt es noch für die Wallbox die Option, die zwar zu nutzen, aber eben mit reduzierter Ladeleistung zu laden, da dann eher wieder Richtung Schuko-Geschwindigkeit, also 2 oder 3 kW, entweder durch eine Einstellung im Auto oder beim Überschussladen aus eurer Solaranlage zum Beispiel. Und der ADAC, der hat diese drei Optionen mal nachgemessen. Und dabei kamen teilweise echt heftige Ergebnisse raus. Ja und jetzt werden die, die immer nur an der Schuko-Steckdose laden, doch etwas schockiert sein. Wenn wir nämlich die Messergebnisse beim Laden an der Schuko-Steckdose mit dem vom Laden an der Wallbox vergleichen, ja da fällt sofort auf, dass das Laden an der Wallbox viel effizienter ausfällt als an der normalen Steckdose und das kann richtig ins Geld gehen. Soweit so bekannt, aber interessant wird es jetzt, wenn wir mal die vier beliebtesten E-Autos Fiat 500e, Tesla Model 3, ID.3 und Renault Zoe miteinander vergleichen. An der Steckdose mit 2,3 kW Ladeleistung, da gingen bei der Zoe nämlich fast ein Viertel verloren. Man zahlt also fast 25% mehr für den Strom, den man eigentlich real in den Akku bekommt. Deutlich besser schlägt sich Teslas Model 3 mit 15% Verlust, noch ein bisschen besser der ID.3 mit rund 13,6% Verlust und Spitzenreiter ist der Fiat 500e mit nur 12,7% Verlust, also quasi die Hälfte von der Zoe. An der Wallbox mit 11 kW, da ist die Ladeleistung schneller, aber auch die Zoe ist hier immer noch Schlusslicht. Wobei 9,7% hier viel besser sind als bei der Steckdose und der ID.3, der folgt mit glatten 9% Licht dahinter. Ein bisschen besser ist das Model 3 mit 7,7% und auch hier wieder top der Fiat 500e mit nur 6,3%. Die geringsten Ladeverluste sind also beim Fiat 500e zu sehen. Der ist vom Hersteller anscheinend auf eine gute Ladeeffizienz ausgelegt worden. Ja, warum machen das denn nicht alle Hersteller? Und wie fällt das Ergebnis aus, wenn man zwar an der Wallbox lädt, da aber wieder mit geringerer Leistung, also eher so Schuko-Geschwindigkeit 2,3 kW oder 3,6 kW? Auch bei diesen Messungen zeigt sich eindeutig, dass die höhere Ladeleistung zu weniger Ladeverlusten führt, in Klammern sehen wir gleich, außer beim Fiat. Denn hier schneidet der Fiat mit über 13% am schlechtesten ab. Interessant, dass da der Verlust bei 3,6 kW noch höher ist als bei 2,3 kW. Dürfte ja eigentlich nicht sein, aber offensichtlich wurde das Onboard-Ladegerät auf 2,3 kW optimiert. Wie setzen sich die Ladeverluste denn eigentlich zusammen? Schauen wir uns dazu mal das Laden an der Schuko-Steckdose an. Akkus von Elektroautos, die können ja nur Gleichstrom speichern, aus dem Stromnetz zu Hause kommt aber nur Wechselstrom. Und deswegen muss das Onboard-Ladegerät bei euch im Auto diesen Strom in Gleichstrom umwandeln. Schon hier entstehen erhebliche Verluste. Und weitere Verluste entstehen im 12-Volt-Bordnetz eures Autos. Der Grund? Während des Ladens, da sind ganz viele Steuergeräte aktiv. Allein 100 bis 300 Watt brauchen diese Komponenten permanent für die Steuerung des Ladevorgangs. Und je länger das dauert, desto mehr Leistung geht über die Zeit verloren. Nicht zu vergessen wäre auch noch eine lange Zuleitung zu eurer Steckdose in der Garage. Ja, klingt irgendwie vernachlässigbar, ist es aber nicht. Denn zulässig sind in der Hausinstallation bis zu 4% Leitungsverluste. Dafür gibt es sogar eine DIN-Norm, wen es interessiert, DIN VDE 0100. Im Zweifel lohnt es sich übrigens immer mal, die Hausinstallation von einem Elektriker prüfen zu lassen. Ist die Zuleitung zur Steckdose für einen dauerhaften Betrieb unter Volllast von 2 bis 3 kW überhaupt geeignet? Wenn nicht, dann verschmoren euch vielleicht so nach und nach die Steckdosenkontakte oder die Klemmen in den Abzweichdosen. Und im schlimmsten Fall, da kann das auch zu einem Kabelbrand kommen. Nämlich wenn ihr nachts zum Beispiel jetzt stundenlang über Schuko ladet, da ist das irgendwie nicht lustig, wenn auf einmal eure Garage abbrennt. Wenn man das dann zusammen mit dem Hausverteiler, Ladekabel, Hochvoltkabel im Auto und die Batterie selbst aufsummiert, dann betragen die Ladeverluste an der Schuko-Steckdose zwischen 10 bis 30%. Also bis zu 30% höhere Kosten für die Tonne. Wenn ihr euch jetzt für ein E-Auto interessiert, es aber nicht gleich kaufen wollt, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Und da kann ich euch Instadrive empfehlen. Dort bekommt ihr euer Auto zum festen Abo-Preis und in dem ist schon alles enthalten. Also Versicherung, Wartungskosten, Winterreifen etc. Ihr müsst nicht mal was für den Strom bezahlen, zumindest nicht für die ersten 5000 Kilometer, wenn ihr über meinen Empfehlungslink bei Instadrive ein E-Auto-Abo abschließt. Den Link findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Okay, nochmal kurz zusammengefasst. Beim Laden einer Steckdose gibt es drei größere Energielecks. Erstens das Leitungskabel im Haus. Zweitens das Onboard-Ladegerät. Und drittens das im Hintergrund arbeitende Bordnetz. Interessant ist, dass beim Laden an der Wallbox das ein bisschen anders aussieht. Da erfolgt das Laden im Normalfall ja dreiphasig und daher auch mit einer größeren Ladeleistung. Außerdem werden Wallboxen vom Elektriker mit einem größeren Leitungsquerschnitt angeschlossen, sodass damit kaum Leitungsverluste anfallen. Der wichtigste Unterschied betrifft den Eigenverbrauch der Fahrzeugelektronik. Der ist im Vergleich viel geringer, da der Akku per Wallbox wesentlich schneller geladen wird und daher der Verbrauch über die Zeit viel geringer ist, weil eben die Betriebsdauer der Nebenverbraucher viel kürzer ist. In der Summe betragen dann die Ladeverluste an der Wallbox eben nur 5 bis 10 Prozent statt 10 bis 30 Prozent. Und das hört sich doch gleich viel besser an. So und wie könnt ihr jetzt denn Ladeverluste senken? Beim Laden mit Wechselstrom, da gilt eigentlich immer die Faustformel, je höher die Ladeleistung und desto kürzer der Ladevorgang, desto geringer die Ladeverluste. An einer Wallbox mit so viel Ladeleistung zu laden wie ihr könnt und die Batterie immer möglichst schnell voll zu kriegen, das ist also die beste Methode, um Geld zu sparen. Beim PV-Überschussladen mit 2 kW, da sind euch die Verluste vielleicht egal, weil der Strom kommt ja eh kostenlos vom Dach, dann ist das natürlich auch okay. Aus der Tabelle vorhin habt ihr ja gesehen, die Ladeverluste fallen bei jedem Elektroauto ein bisschen anders aus. Hier sind also die Hersteller gefragt. Besonders am Beispiel der Zoe, da könnt ihr sehen, dass es sich echt lohnen kann, nur konsequent an der Wallbox zu laden und nicht an Schuko. 14,5 Prozent weniger Ladeverluste und damit auch weniger Kosten, das macht sich auf der Stromrechnung pro Jahr deutlich bemerkbar. Bei einer Fahrleistung von 10.000 Kilometer pro Jahr lassen sich damit rund 120 Euro einsparen. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wenn ich aber gleich mit Gleichstrom lade, also zum Beispiel an einer Schnellladesäule, wie hoch sind denn da die Verluste? Beim DC-Laden, da erfolgt die Stromwandlung auch von Wechselstrom zu Gleichstrom, aber eben nicht bei euch im Auto im Bordladegerät, sondern das passiert gleich in der Ladesäule. Und das hat zur Folge, dass da auch Ladeverluste anfallen, aber die bleiben nicht bei euch hängen, sondern beim Betreiber der Säule. Und das ist eben der Grund, wieso die Kilowattstunde beim DC-Laden teurer ist als beim AC-Laden. An der Schnellladesäule gibt es aber auch noch ein neues Phänomen, was beim AC-Laden zu Hause nicht da war, nämlich die Temperierung eures Akkus, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Das kostet nämlich ebenfalls Energie und die landet nicht bei euch im Akku, sondern nur bei euch auf der Rechnung. Auch da gibt es je Automodell ganz große Unterschiede. Und die Hersteller können also einiges gegen hohe Ladeverluste tun. Als erstes sollten die Ladeverluste überhaupt mal deutlich kommuniziert werden, damit man als Elektroautokäufer weiß, was auf einen zukommt. Der Stromverbrauch auf 100 Kilometer, der sieht dann nämlich bei jedem Auto oft ganz anders aus. Dann sollte mal die Effizienz des Onboard-Ladegeräts verbessert werden. Was da geht, zeigt doch Fiat zum Beispiel. Da besteht ein großes Potenzial, um Energie einzusparen. Und nicht zu vergessen, das 12-Volt-Board-System. Das sollte während des Ladens auf ein absolutes Minimum runtergefahren werden, damit überflüssige Verbraucher nicht die ganze Zeit mitlaufen. So, ihr seht also, man könnte richtig viel Energie und damit bares Geld sparen, wenn das alles besser optimiert würde. Soviel also zu den Ladeverlusten bei E-Autos. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gutes Neujahr. Bis dahin, macht's gut. Ciao.